Musik Musik Harmonie Rhythmus Leidenschaft Begeisterung und Engagement Gemeinschaft Und nicht zu vergessen jede Menge Spaß Was haben wir zu feiern? In diesem Jahr gibt es zwei Dinge, die wir feiern können Zum einen unser 10-jähriges Chor bestehen und zum anderen das Erscheinen unserer ersten CD Mit dem vielversprechenden Namen Gospel Changes Am 13. Juli um 19 Uhr wird es eine CD Release Party geben Zu der wir alle Freunde des Gospels ganz herzlich einladen Die Feier wird in der St. Laurentius Kirche in Reutnitz stattfinden Neben einem exklusiven Konzert mit neuen und alten Liedern Wird es einen Sektempfang geben und im Anschluss ein gemütliches Beisammen sein für jedermann Dort könnt ihr dann auch Erstmalig Unsere neue CD kaufen Wir Was? Was? Wir Ja, wir freuen uns euch dort zu sehen Wir sind 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 Wir sind